Das europäische Lieferkettengesetz ist vorerst gestoppt. Wegen der Blockade der FDP. Eine geplante Abstimmung im Rat der EU-Länder musste in letzter Minute verschoben werden. Deutschland hätte sich dabei enthalten müssen, weil die FDP die Zustimmung verweigert. Dadurch fehlte die nötige Mehrheit für die Verordnung. Diese sieht vor, dass Unternehmen bei Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten künftig in die Pflicht genommen werden sollen. Für das Lieferkettengesetz hatten die Ampelparteien ursprünglich im Koalitionsvertrag verankert, sich für eine europäische Regelung einzusetzen. Auf den letzten Metern kritisierte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP das Gesetz jedoch in der bisherigen Form als unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen. Wann die Mitgliedstaaten erneut über das Gesetz abstimmen, ist unklar. Durch die Verschiebung ist fraglich, ob die Richtlinie noch vor den Europawahlen Anfang Juni verabschiedet werden kann.